Das ist das Hotel City Royal Palace. Da sehen wir unseren Chris. Guten Morgen. Nein, ich bin nicht auf live. Ich mache aber nur so ein Video. Das ist die Bar. Sascha bestellt jetzt gerade was. Und da war. Ja? 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 Ja. Das ist jetzt die Lübi. Die Glänzende macht immer alles so schön sauber. Morgen! Das ist eben ein Reise leider. Okay, Stoße! Morgen! Morgen! Jetzt sind wir draußen. Windet es ein bisschen. Schönes Wetter. Jetzt schrieb doch unser Hotel kein Garten. Ja, was ist schon das? Das ist schon schon weiter. Ich nehme mal den Garten von unserem Hotel. Das sieht man jetzt schön in unserem Hotel von außen. Hier geht es zum neuen Wasser. Man sieht also, es hat helllich sehr zentral gelegen. Sehr schöne Architektur. Vorne ist der Shuttlebus, der zum Strand runterfährt. Nebenan ist der Sascha. Drei Brombo Gingrich Drei Brombo i Drei Brombo Auch hier Drei Brombo Drei Brombo Oh, hier steht hier. Schockenmeile in unserem Hotel. Ich möchte es jetzt sehr gut. Ja, das ist die Frisier-Salao. In unserem Hotel. Hallo, hallo. Morgen. 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 Heute lass sie werden. Schneide mal. Ja. Nicht schneide. Nein, alle nichts. Morgen. Hm? So gut auf der Seite zum Friseur rein. Da ist das Erich Papp. Ja. 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 Da ist die... So, das ist das Hallebad. Das ist das Hallebad. Schneller Pool. Schöne Wege. Jetzt kommt es raus, da ist es warm drin. So, hier ist die Patisserie. Hallo. Ganz leckere Torten. Ganz freundlichen Bedienung. Bedienung. Paparazzi. Paparazzi. Paparazzi für den Vollladen. Paparazzi. 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 Halt da wieder tolle Torten. Ey. Hier ist noch ein Schmucklade. Ich darf auch in keinem Hotel fehlen. Da ist der Fotograf. Da ist das à la carte Restaurant drin, das eine. Da ist der Fotograf im Hotel. Schöne Sitzecke. Da ist der Speisesaal. Vielleicht mache ich dann heute Abend mal ein Video noch. Da ist auch noch ein à la carte Restaurant da drin. Und da ist der Aufzug. Da ist der Speisesaal. Das mache ich auf YouTube, oder? Das mache ich auf YouTube, ja genau. Da ist der Spielplatz, der Kinderspielplatz. Da ist auch schon die Gartenanlage dahinten. Da ist die Poolangeschaft. Da ist die Rutsche. So. Die Rutsche. Ich seh die das jetzt auch schon. Das ist die Strand der Kulbahnen. Dann kann man auch Saft kriegen. Und hier ist die Showbühne. Mal warten, dass man Schoß ist. Da. Das war dann mal ein kleiner Einblick ins City Royal Palace. So, ich hoffe euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Und abonniert bitte meinen Kanal. Ciao.